Die aktuelle Situation seit der Coronavirus-Pandemie macht auch denen das Leben schwerer, die es ohnehin nicht leicht haben. Wir haben mit Verkäufern und Verkäuferinnen des Global Player über die notwendigen Schutzmaßnahmen vor einer Coronavirus-Infektion gesprochen. Eins, Ende Schuh muss ich nehmen, 20 Sekunden muss ich waschen, die dritte, immer Distanz mit Menschen reden.